Yo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Destroyer Office. Und ja, ich hab das Spiel vorher schon durchgespielt. Ich glaube wir gehen als erstes mal in Destroyer Office. Ich zeig's euch gerne mal. Also wir müssen einfach nur ein bisschen Stühle zerstören. Wir haben einmal eine Kalaschnikov. Dann irgendein Stromgewehr. Ich werd's grad nicht weiß was das ist. Das zieht mir sehr nach. Ne, ne, das ist das auf keinen Fall. Und eine schöne Schrotflinte. Ich glaub ne Pär macht mir das auch. Okay. Aber man hat eine unendliche Option. Ja. Okay, das war ein Schlechtes. Kalaschnikov. Ungewehr. Ach, Alter. Okay. Ähm. Ich hab jetzt grad keine Ahnung welche Waffe das ist. Ja. Und dann haben wir auch schon das erste Level. Okay. Also wir müssen hier alles wirkliche zusammen fahren. Okay. Da kommt ein Schlitterschuss. Und das ist auch ein bisschen unter der Liste, weil die Streiche ist. Das ist nah. Und ähm. auch kurz hin. Das hier. Und nach der Dach. Drei. 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 das ist nicht die Gasse Aber und ich habe das noch nicht und hier und 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 ich glaube ich auch ich und es ist wenn man einmal ist den hintererstören kann. ok ne im haften jetzt im nächsten level. ja ok das geht besser hier. also gut. wir springen mit. und die Zorn verschwindet. Eventuell werde ich jetzt den Zorn verschwinden. Und die Zorn verschwinden. Wir nehmen die Zorn verschwinden. Okay, das ist Wasser. Okay, richtig gut. Okay, ich mache jetzt noch ein bisschen fertig. Okay, ähm, nächstes Level. Ich kann euch auch dann mal den Zorn zeigen. Ja, okay, ich zeige euch jetzt schnell den Pummel. Da wird man direkt reingeworfen. Man muss nicht am Anfang irgendwas... ...bestimmtes zerstören. Uh! Gut. Nicht wirklich. Okay. Jetzt können wir sie ja noch mal ausprobieren. Jetzt können wir sie noch mal ausprobieren. Ah! 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 Und Ah! Vai! 3 4 5 6 Ok, 6 plus 7 13 14 15 16 17 Ok 18 19 19 19 19 20 Ernsthaft? Ach! Ok, also 1 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 3 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2